Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du wieder da bist. Der 24-Stunden-Livestream ist geglückt. Wir haben es geschafft. Morgens um 9.04 Uhr haben wir diesen beendet. Und es war eine tolle, schöne Zeit gewesen, diese 24-Stunden hier mit euch zu verbringen. Es waren auch wirklich immer irgendwelche Leute da gewesen, die uns wirklich weiterhin gepusht haben, unterstützt haben. Auch nochmal wirklich ein riesen, riesen, riesen Dankeschön, dass ihr alle dabei wart und echt teilgenommen habt. Also so kann man sich einen 24-Stunden-Livestream echt gut vorstellen, dass man sowas dann zukünftig dann vielleicht bei den nächsten Specials immer wieder so vornehmen kann. Ich muss auch entschuldigen, meine Stimme ist jetzt nach den 24-Stunden-Livestream ein bisschen beschädigt. Deswegen nimmt es mir jetzt nicht übel, wenn jetzt nur so das eine oder andere dementsprechend hier heute in dieser News-Folge schief geht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Ich würde sagen, wir legen los mit den ÖPNV News. Los geht's! Das Projekt Twin Aue für den Lotus Simulator existiert noch und wird natürlich weiter bearbeitet. So heißt es aktuell im Forum. Nachdem es hier ja lange nichts mehr gab, gibt es wenigstens mal wieder ein paar neue Bilder. Keine Sorge, das Projekt ist nicht eingestellt, es geht nur sehr schleppend voran. Zum Einstieg gibt es nochmal zwei Bilder vom Hauptbahnhof. So, aktuell das Ganze rund um die Karte Twin Aue. Wir hatten sie ja schon mehrmals bei uns ja hier im Let's Play gehabt und müssen sagen, eine der schönsten Karten, die aktuell für den Lotus Simulator existiert. Wenn es hier natürlich immer wieder Neuigkeiten gibt, werden wir euch dementsprechend natürlich auf dem Laufenden halten. Wenn ihr natürlich weitere Bilder sehen wollt, der Link unten ist in der Videobeschreibung. Einfach mal dort vorbeischauen und sich die restlichen Bilder mal angucken. Für den Lotus Simulator gibt es auch wieder was Neues, was Fahrzeuge im Ausland angeht. So heißt es aktuell im Forum. Zitat, lange war nichts zu lesen hier, jetzt möchte ich mich mal zurückmelden. Vieles ist im Hintergrund passiert, Zeit ist verstrichen und langsam geht das erste Fahrzeug in finale Entwicklung. Zurzeit arbeite ich an dem T3R.P, da diese immer noch das bestimmende Bild in Prag sind. Im Simulator zeichnet sich das Fahrzeug durch Genauigkeit und 100% Realismus aus. Wobei die Sitze nur für Tests drin sind und noch durch die Originalen getauscht werden. Weitere Bilder gibt es natürlich auf der offiziellen Lotus Forum Seite, die natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Dort könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch die weiteren Bilder angucken. Dementsprechend halten wir euch hier auf dem Laufenden, falls es hier wieder neue Informationen gibt. Auch Projekt Gladbeck ist diese Woche wieder mit in den News. So aktuell auf der offiziellen Facebook Seite ein kleines Lebenszeichen von der Wuppertal-Vellbert-Strecke. Wir wissen, dass wir viele Wuppertaler Fans haben. Umso mehr möchte ich euch beruhigen und sagen, dass wir immer noch an der unglaublich riesigen Buslinie 640 nach Vellbert bauen. Diese wirklich lange Buslinie möchte aber auch so schön detailliert werden, wie die neue Düsseldorf-Projekte. Also gebt uns bitte die Zeit, die wir benötigen, um die Buslinie 640 vernünftig fertigzustellen. Vielen Dank für euer Interesse an dieser Erweiterung. Hier hat jetzt auf jeden Fall Boy Gladbeck mal ein kurzes Statement gegeben, dass die Strecke weiterhin in der Entwicklung ist, aber sie noch einige Zeit dafür benötigen. Dementsprechend halten wir euch auf dem Laufenden, falls es ja auch hier wieder neue Informationen gibt. Den Post dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. In den letzten News hatten wir von Ebelinsee und Schönau Version 3 uns unterhalten. So gibt es jetzt auch diese Woche wieder neue Informationen, so heißt es aktuell. Gestern Mittag hat der OMSI-2-Entwickler Temo1 auf Instagram bekannt gegeben, dass er nun offiziell an der OMSI-2-Flühweermap Ebelinsee-Schönau Version 3 arbeitet. Wie wir schon aus dem ersten Post ausgehen konnten, bekommt die Map ein neues Logo. Was wir schon mal sagen dürfen, ist, dass auf der Map EBS V3 die Linie 4 zum Flughafen fahren werden können. Ebelinsee-Schönau ist eine Straßenbahn-Map für den OMSI-2. Ihr könnt euch natürlich die vorige Version jetzt schon angucken. Sie ist bereits auf OMSI-Web, das ist natürlich erhältlich. Guckt da am besten mal rein. Sobald es hier neue Informationen gibt zu Ebelinsee und Schönau in der Version 3, werden wir euch die natürlich zukommen lassen. Bei OMSI-Web, das ist ein neuer Bus erschienen, der Solbus Solcity von Sobol. Da der Bus geleakt wurde, hat sich Sobol dazu entschlossen, den Bus in diesem Beta-Stadium zu veröffentlichen. In diesem Park sind 10, 12 und 18 Meter Variante vorhanden. Den Donut-Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Train Sim World 2 hat ein neues Video veröffentlicht. Hier sieht man das Video von der Bakerloo-Line. Setzen Sie sich in die Kabine und übernehmen Sie die Kontrolle über eine der verkehrsreichsten U-Bahnen der Welt. Heute entdecken Sie die Bakerloo-Line in Train Sim World 2. So heißt es aktuell unter dem neuesten Video von Daftay Games. Der Train Sim World 2 kommt am 20. August auf der Playstation 4, Xbox One und Steam. Mehr dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Unbedingt mal diesen Trailer anschauen, genießen und dementsprechend gerne mal in die Kommentare posten, ob euch diese Linie hier interessiert oder ob ihr eher sagt, so nö, wir sind eher für die Köln-Strecke. Deshalb unten gerne die Kommentarfunktion benutzen und schreibt doch gerne mal rein, was ihr so von Train Sim World 2 jetzt erhaltet. Nachdem jetzt alle Videos veröffentlicht worden sind, alle Linien, alle Strecken, holt ihr euch jetzt nun Train Sim World, war jetzt der Kaufgrund dabei gewesen oder seid ihr immer noch der Meinung, dass ihr sagt, so nein, Train Sim World 2 kommt mir definitiv nicht auf die Festplatte. Dann wie gesagt, nutzt da gerne die Kommentarfunktion, schreibt es unten mit rein. Mich würde das Ganze mal sehr interessieren. Ein neues Update ist für den Fernbus Simulator erschienen. Update 26 Beta ist ab sofort verfügbar. So heißt es aktuell, Zeit für ein neues Beta Update. Wir haben so einiges für euch gefixt und hinzugefügt, zum Beispiel ein neues Licht- und Himmelsystem, das Repaint Package aktualisiert und die italienische Lokalisation vervollständigt. Unter anderem wurden, wie gesagt, jetzt die italienischen Lokalisationen vervollständigt, Optimierung der Leistung und des Streamings, neues Licht-, Himmel- und Wettersystem hinzugefügt, Sitz- und Fahrerkamera-Einstellungen sind jetzt für jedes Fahrzeug eigenständig, neue Grasvegetationen, Gras am Rand von Autobahnen und Bundesstraßenteilstücken hinzugefügt. Das Starten im freien Fahrtmodus in Karlsruhe funktioniert jetzt wieder, Streckenführung bei Steinhude wurde überarbeitet, Fahrgäste zeigen bei digitalen Tickets im Shuttle-Modus nun die korrekte Grafik auf ihrem Smartphone, einige grafische Fehlerkorrekturen und Vorbereitungen für neue DLCs. So heißt es aktuell jetzt hier auf Steam, den Link findet ihr dazu unten in der Videobeschreibung, wie ihr das Ganze installieren müsst. Einfach bei Steam die Beta aktivieren, dann wird das Ganze runtergeladen, sobald das ganze Ding dann offiziell erscheint, erfahrt ihr das Ganze dann hier in den News. Der Flight Simulator erscheint jetzt demnächst, aber X-Plane 11 gibt nicht auf. Ein neuer DLC ist erschienen, so heißt es aktuell. Erkunde ab sofort die ostfriesischen Nordseeinseln mit der neuen X-Plane 11 Erweiterung German Islands 1 Ostfriesland. Freue dich auf wirklichkeitsgetreue Umsetzung aller Flugplätze sowie zusätzliche Hubschrauberlandeplätze. Die detaillierte nachgebildete Autogenhäuser, typische Sichtflugmerkmale sowie individuell für die Region erstellten statische Flugzeuge lassen die virtuellen Inseln noch realistischer wirken. Wo wartest du noch? Fliege noch heute über die Nordsee und besuche doch einmal Otto. Nein, da stand natürlich nicht drin. Das habe ich jetzt einfach mal dazu hingedichtet. Das Ganze ist aktuell jetzt, wie gesagt, auf Aerosoft erhältlich. Natürlich auch bei Steam, da könnt ihr euch das Ganze bereits jetzt kaufen. Auf jeden Fall hat man hier die komplette Insel komplett neu bearbeitet. Dementsprechend, wer noch X-Plane 11 von euch spielt, der sollte sich diesen DLC mal angucken. Ich denke mal, das könnte ein schöner Urlaubsort sein, um einfach mal ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch mal wieder was von dem Flight Simulator. Selbstverständlich kommen wir hier zur Zeit über keine News mehr hinweg, ohne Neues für den Flight Simulator zu berichten. Es gibt mal wieder neue Informationen für den Microsoft Flight Simulator 2020. So heißt es auf der aktuellen Website, dass der Flight Simulator VR Unterstützung bekommt, allerdings nicht direkt zum Release des Flight Simulators. So wird es hier im Herbst ein kostenloses Update erscheinen, der den VR-Support für Windows Mixed Reality Headsets hinzufügt. Unterstützung für zusätzliche Plattform-Headsets wird noch folgen. Der Microsoft Flight Simulator unterstützt Track AR und das direkt zum Start. Anfangs abgestritten, jetzt aber doch. Der Microsoft Flight Simulator kann jetzt auch über Steam gekauft werden. Die Vorbestellungen sind jetzt auch schon verfügbar. So könnt ihr direkt im Anschluss der News den Flight Simulator über Steam kaufen. Wenn euch der Microsoft Store nicht gefällt oder ihr keine 10 DVDs installieren wollt. Hier gibt es auch noch ein Update der Partnerschaftsreihe. Hinzugekommen mit der Partnerschaft sind jetzt Blackshark.ai, Aerosoft, Bing Maps und Watzim. Da könnt ihr das Ganze dementsprechend jetzt überall euch besorgen, Partnerschaften und so weiter informieren. Alles weitere packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Das Video ist natürlich auch neu. Das packe ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Hier könnt ihr nochmal einen letzten Blick nochmal auf das Ganze werfen. Und ganz ehrlich, Video für Video wird das Ganze immer mehr gehypt. Was hattet ihr vom Flight Simulator? Habt ihr euch das Ganze schon vorbestellt? Wo kauft ihr euch das Ganze? Wollt ihr die 10 DVDs kaufen? Oder doch lieber bequem per Steam? Dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion. Schreibt es am besten unten einfach mit rein. Und sonst, ja, lasst uns das alles gerne wissen. Wir natürlich sind schon vorbereitet. Wir warten auf den Release. Dementsprechend sind wir jetzt auch schon am Ende unserer News gekommen. Wahnsinn, ist noch einiges passiert. Zwar nicht ganz so viel wie sonst. Aber, ja, ihr seid wieder auf dem aktuellsten Stand der Dinge, was in der vergangenen Woche so passiert ist. Nochmals möchte ich mich gerne bedanken für den 24-Stunden-Livestream. Das war unglaublich gut, war das Ganze. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der in dem Livestream dabei war, der halt mitgespielt hat, der einfach nur zugeschaut hat, der getextet hat, der uns abonniert hat, der uns unterstützt mit Mitgliedschaften, der, ja, uns gespendet hat bis zum Umfallen. Vielen, 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 vielen Dank an euch allen. Der Stream ist gespeichert. Ihr könnt euch den ganzen Stream anschauen, wenn ihr das möchtet. Wir waren erst dagegen gewesen, haben uns aber doch dafür entschieden, das Ganze aufzubehalten. Dementsprechend solltet ihr den Stream verpasst haben, denn guckt doch gerne damit rein. 24 Stunden habt ihr dazu. Viel Spaß. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns natürlich nächste Woche zu den nächsten ÖPNV-News wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bleibt gesund. Bis denn. Tschüss. 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 Vielen Dank.